Die Oral-B TriZone 5500 besitzt 5 Reinigungsmodi für eine überlegene Reinigung. Sie verfügt über eine dreidimensionale Reinigungstechnologie für ein sauberes Gefühl wie nach einer professionellen Zahnreinigung und zusätzlich über eine visuelle Andruckkontrolle, einen Sensitivmodus und einen Auffällenmodus. Weitere Funktionen sind Tiefenreinigungsmodus, Massagemodus und Smartguide. Sehen wir uns das etwas genauer an. Der externe Smartguide gibt in Echtzeit Feedback und hilft das Putzverhalten nachhaltig zu verbessern. Mit dem Massagemodus lässt sich das Zahnfleisch stimulieren und massieren. Der Tiefenreinigungsmodus sorgt mit seiner 50% längeren Putzzeit für eine besonders gründliche Reinigung. Bei zu starkem Aufdrücken der Zahnbürste verringert die visuelle Andruckkontrolle die Pulsationen automatisch und schützt so Zähne und Zahnfleisch. Die einzigartige 3D-Reinigungstechnologie von Oral-B sorgt mit ihren Pulsationen und den seitlich schwingenden Borsten für eine überlegene Reinigung. Die TriZone 5500 entfernt bis zu 100% mehr Plagg als eine herkömmliche Handzahnbürste. Sie lässt sich mit einer Vielzahl von Oral-B-Aufsteckbürsten verwenden. Oral-B – die Nummer 1 Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte selbst verwenden.